Wir treffen jeden Tag über 20.000 Entscheidungen. Viele davon unbewusst. Über den Großteil müssen wir nicht lange nachdenken. Oft fühlt es sich mehr nach Intuition an, als nach einer Entscheidung. Jetzt schon oder doch noch eine Minute? Das hier oder doch lieber das? Ja oder nein? Hot or not. Doch neben all diesen täglichen Entscheidungen treffen wir auch jene, die weitaus mehr sind. Entscheidungen, die Bedeutung haben. Entscheidungen, sich zu wandeln, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Entscheidungen, die nicht nur über das Jetzt bestimmen, sondern auch über das Morgen. Die Entscheidung mitzubestimmen über die eigene Zukunft und über die deiner Mitmenschen. Du hast die Wahl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017